Nachdem gestern Robert Habeck für Österreich die Neuwahlen verkündigt hatte, war ich am Edersee und es ist etwas geschehen, was mit den ganzen Aufregungen an die Seite gedrückt wurde. Alle seriösen Fernsehkanäle hatten dort ihre Kameras aufgebaut, also RTL 2, Sat.1, Astro TV, Juvelo TV waren alle dabei und Robert Habeck sollte übers Wasser gehen, kam auch drei oder vier Meter an den Edersee ran und dann Sofa ab und musste sich doch entschuldigen, weil er seit der Kreuzigung die Löcher in seinen Füßen übersehen hatte.